Aave verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Kursanstieg von 5% und gehört zu den wenigen Gewinnern. Das DeFi-Projekt stellte einen neuen Rekord auf, in dem es die größte Liquidationswelle seiner Geschichte problemlos überstand. Aave sicherte dabei auf 14 verschiedenen Blockchain-Märkten Werte in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar erfolgreich ab. Trotz der schwierigen Marktlage erreichte Aave ein neues Allzeithoch bei wöchentlichen Kreditnehmern und steigerte sein TVL um 70%. Der Aave-Kurs handelt derzeit bei 105 US-Dollar und verteidigte den Support-Bereich um 92 US-Dollar erfolgreich. Zuletzt scheiterte Aave in dieser Zone zu Monatsbeginn, doch die aktuellen Entwicklungen zeigen positive Signale. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal und schau dir das nächste Video an.